Beide Junioren am Boden aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Oleksandr Bokonosiuq. Die USA, Oleksandr Bokonosiuq. Schraube vorwärts zu Doppelsalte vorwärts gehockt. Zweieinhalb Schraube vorwärts aus dem Anloch. Zweieinhalb Schraube rückwärts zu Schecksalte vorwärts. Bei ihm sehen wir, er turnt auch immer alles sehr, sehr schön aus. Die Landung, die Arme schön nach vorne gestreckt. Der Sprung in Liegeschütz sehr hoch. Jetzt sehen wir es nochmal, Sprung in die Rolle. Doppelsalte vorwärts, genau in Stand. Und die Dreifach Schraube als Abgangsbahn. Kleiner Schritt nach hinten. Schöne Übung. In der ersten Bahn, denke ich mal, die größten Abzüge. Hier nochmal zweieinhalb Schrauben schenken. Hier die Wertung für Oleksandr Bokonosiuq. 13, 2, 3, 3. Aktuell Platz 1 löst hier Sergio David Kovac-Molkut ab. ZEINEMAK.